Du hast den Ball weggekickt, das hab ich gesehen. Nennst du mich ein Betrüger? Ja, klar. Okay, du hast mich erwischt. Was hast du erwartet? Echte Zauberei? He, ist gar nicht so weit hergeholt, weißt du? Ich bin hier wegen nem magischen Ring, also... Klar bist du das. Monster. Hey, was hast du denn über mich gehört? Ich bin nur der Typ mit der magischen Schachtel. Das weiß ich schon. Hey, Karl. Jetzt hab ich ja deinen blöden Zaubertrick gesehen. Dann kannst du mir jetzt auch das Medaillon geben. Abgemacht ist abgemacht. Bitte sehr. Perfekt. Kommen wir nochmal an den Ball ran? Eher nicht. Hm. Ein magisches Medaillon? Eher ein Ventil an der Kette. Okay, pass auf. Aber ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Da steck ich mein... Hm. Ich weiß nicht, wie ich die Wespen da wegkriege. Tja. Wespen. Meine alten Erz... Tja. So, jetzt? Es wird nicht... Was könnten wir denn sonst noch tun? Okay. Die Saat ist gesät. Hm. Können wir überhaupt noch was tun? Unmöglich. Okay, pass auf. Wie wär's damit? Lieber nicht. Äh. Hm. Ich wüsste nicht, was wir jetzt tun könnten. Ich will mit der... Ich will mit... Hab schon welchen... Den soll ich... Es wird nicht kla... Tja. Und das müssen wir auch noch irgendwie kriegen. Der will offensichtlich nicht kooperieren. Denk nicht mal. Okay. Was? Ich glaub nicht, dass ich von dem noch was kriege. Aber von irgendjemand müssen wir was kriegen. Sonst kommen wir nicht weiter. Nein. Ich verschwende nicht noch mehr Zeit. Wenn's hier Tribünen gibt, muss es auch eine Menge... Vermutlich haben die alle... Tja. Jetzt haben wir Laub, mit dem wir nichts anfangen können. Mit Sleasy bin ich erstmal durch. Den lass ich lieber alleine. Okay, wir müssen irgendwas mit den Wespen machen. Ich bin jetzt verzweifelt. Irgendwas kombinieren. Irgendwas müssen wir doch haben. Es kann doch nicht sein, dass uns noch was fehlt. Das dauert jetzt zwar ein Weilchen, aber... Aber was will ich machen? Es wird... Nein. Es... Es wird nicht kla... Es wird nicht kla... Es wird... Zack. Es wird... Es wird... Es wird... Es wird... Okay, haben wir das schon mal abgehakt? Ab... Er... Es... 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 monkey... billion... ... Ich glaube, wir können nichts kombinieren. Wir sind, wir sind, wir sind. Ich halte gar nichts für eine gute Idee, da mir fällt nichts ein. Okay, warte. Das kam ja jetzt gerade noch, dass da unten ja ein Trog ist. Sieht doch schon besser aus. Okay, dafür kommen wir jetzt weiter. Zack und zack. Hoffen wir mal, dass der Plan aufgeht und die Saat versteht sich. 24 Stunden später. Okay, mal sehen ob was gewachsen ist. Ja, zuerst nehmen wir wieder die Kaugummis mit. Ach, Sleasy raucht schon wieder. Wie kannst du dieses Kraut nur rauchen? Deine Lungen müssen wie Kohle aussehen. Vielleicht, aber... Du solltest Nikotin-Kaugummi probieren. Es ist gesünder. Das würde ich gern, aber Nikotin-Kaugummi ist das einzige... Mach dir nichts draus, ich regle das. Und ich will nur eine Zigarette und ein Streichholz dafür. Ist doch ein guter Deal, oder? Ähm, glaub schon. Danke. Hier ist dein Kaugummi. Keine Angst, ich sorg dafür, dass du immer Nachschub hast. So, haben wir wieder Zigaretten und Streichholzer? Was zum... Du scheiß Vogel, verzieh dich! Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Das werde ich Brooks sagen, oder es wenigstens versuchen. Ich hab gesagt, du musst nur was anpflanzen. Irgendwas. Also, äh, tut mir leid. Aber in dir steckt einfach kein Gärtner. Das liegt an dem blöden Vogel. Keine Ausreden, Gefangener. Wenn der Vogel dich stört, solltest du was unternehmen. Das Gärtnern ist eine heikle Angelegenheit. Also komm, kümmer dich drum. Das heißt, wir nehmen wieder den Schlauch. Ein bisschen Laub. Machen das gleiche nochmal. Jetzt kriegen die mal mehr Zigaretten. Ich will mein Phosphor hier eigentlich nicht verschwenden, aber... Dann muss ich halt irgendwie Nachschub besorgen. So, Schlauch. Vor dem Wässern sollte ich erstmal was pflanzen. Ach so, müssen wir das schon wieder tun. Okay, versuchen wir's nochmal. Diesmal wächst hier was. Da bin ich sicher. Hoffen wir mal, dass der Plan aufgeht. Und die Saat versteht sich. Und nochmal 24 Stunden später. Okay, mal sehen, ob was gewachsen ist. Und wieder nehmen wir die Kaugemis mit. Damit wir noch mehr Zigaretten bekommen. So, komm. Gib Sleasy hier gleich mal. Wie kannst du dieses vielleicht? Du solltest das würden. Mach dir nichts. Danke. Hier ist dein... So, und wieder ab in den Hinterhof. Kommt der Vogel jetzt wieder. Und wir kümmern uns drum, keine Sorge. So, pass auf. Okay. Okay. Wir nehmen das Laub wieder. Dann machen wir wieder Feuer. Ich will mein Phosphor hier. Und mal wieder den Schlauch. Ich glaube, wir hätten... Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, wir hätten die Nikotinkargummis dem Vogel geben müssen. Da wir nicht mehr Zigaretten bekommen haben. Hey, was machst du? Hm. Hey, war okay. Tja, scheint leider nicht zu funktionieren. Aber wir haben ja Plan B. Okay. So, das Ganze nochmal zu versuchen und ihm vorher den Kaugummi zu geben. So, oder pass auf. Können wir hier vielleicht... Hab ich schon ge... Äh... Tja, dann ähm... Den kann ich... Sind wir wohl wieder mal zu spät gewesen. Müssen wir innerhalb von 24 Stunden nochmal probieren. Hoffen wir mal, dass... Jetzt gehen wir erstmal zu dem blöden Vogel. Und dann... So... So... Und dann... So... 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 Vielen Dank.